Sanitaleano.ch, Marcel Littem und du interessierst dich für W3, die Ergänzung 3, die ja seit dem Oktober auf dem Markt ist und da immer wieder ein bisschen für Aufregung sorgt. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal ein Video darüber, habe die W3 E3 mal durchgesehen und habe für mich mal nachgeschaut, was gibt es denn jetzt echt für Änderungen an sich für die Baustelle oder was muss man vielleicht beachten, wenn man eben nach dieser neuen W3 E3 installiert, das wir ja mehr oder weniger alle machen. Ganz klar ist, je kleiner dein Objekt ist, je ländlicher die ganze Geschichte gemacht wird, wird es noch in Weichung dauern, bis sich das vielleicht durchsetzt, aber wenn man natürlich irgendwo in öffentliche Gebauten hineingeht etc., dann gewinnt das Dach dann sehr, sehr schnell an Gewicht. Nun, wie gesagt, ich habe es mal probiert auseinanderzunehmen, ich habe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe bewusst nur die Punkte herausgenommen, wo ich gefunden habe, ja für einen Installateur, vielleicht einen Unternehmer, einen kleineren Betrieb, der selber plant, was ist jetzt hier wirklich relevant, wo müsste man vielleicht die Geschichte im Hinterkopf haben, dass man vielleicht auch ein bisschen parat ist, wenn mal irgendwas in der Hinsicht geschieht oder vorfällt. Nun, grundsätzlicher Hinweis, und das kennen wir ja schon mit der neuen Druckprobe, wo wir auch mit Luft abdrücken, der Leitungsinhalt sollte alle 72 Stunden erneuert werden, mit dem Ziel, eben diese Keinbelastung, die natürlich bei entstehendem Wasser entsteht, zu reduzieren. Und auf diesem Grundsatz, sage ich jetzt mal, hat man dann sehr, sehr viele Regeln definiert, damit man das eben irgendwie gut in den Griff bekommt. Eine erste Änderung, die in der gleichen Sound gestochen ist, ist, dass dieser Abstand hier einer ungespülten Leitung etwas kürzer geworden ist. Wir sprechen hier von viermal dem Innendurchmesser und früher, wie gesagt, wie haben wir das gemacht, so 30-50 cm Maximum und jetzt haben wir natürlich hier schon Innendurchmesser, sage ich jetzt mal von einem Nasslöschposten, 10S35, ja, dreimal 4, 12, 15, maximal 15 cm darf dieses Leitungsstück noch sein, damit wir hier in der Norm drin sind. Dann ebenfalls eine gute Neuerung, finde ich, auch eine kläre Überlegung, unabhängig von dieser W3, E3, ist, dass man viel gebrauchte Apparate eher an den Schluss des Verteilers montiert. Das heißt, beim Einlegen, dass man sich schon überlegt, ach, das ist die Küche und dass man die vielleicht eher auf den hintersten Punkt des Verteilers zieht, damit man dann dort eben auch eine gute Durchspülung des Balkens hat, weil es kann natürlich schon sein, dass wenn man jetzt zu hintersten da irgendwie ein Separat-WC hat, in einer Gewerbezone, was nie vermietet ist, dass man dann dort wirklich eine relativ schlechte Durchspülung hat und dann auch hier entsprechend dann eben Probleme mit der Hygiene bekommen könnte. Ebenfalls noch neu ist auch, dass man, oder ich habe es zumindest mal nicht gewusst vorher, aber ich bin jetzt auch nicht der Obernormen-Leser-Spezialist, und zwar, dass man nach 30 Sekunden, wenn man den Hahn öffnet, maximal 25 Grad haben darf bei der Kaltwassertemperatur. Also das heißt, es kann ja schon mal sein, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen wärmer hat, das ist ja jetzt auch mal in einem Umbau, wenn da halt irgendwie mal noch eine Heizungsleitung nebendran kommt, aber dann so nach 30 Sekunden, dann sollte dann wirklich kühles Wasser kommen, damit man hier wirklich eine gute Spülung hat. So interpretiere ich das auf alle Fälle. Dann ebenfalls noch wichtig ist, auch wenn man etwas grössere Objekte baut, wenn man ein bisschen grössere Objekte baut, dass wir eben schauen, dass wir im Verteilsystem vielleicht auch schon Absperramaturen einplanen müssen, damit wir eben einzelne Sektionen entsprechend prüfen und befüllen können, um diese 62 Stunden auch noch einzuhalten. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man weiß, dass man das eventuell auch dem Bauherr dann noch verwechern könnte, wenn das vergessen worden ist in der Planung. Also sicher eine Aufgabe von Eugenierbüros und Sanitäplanern, dass man hier, ich sage jetzt mal, so ein Druckkonzept erstellt und ein Inbetriebnahmekonzept, ein bisschen, damit man hier eben diese Normen einhalten kann und diese ganze Geschichte gut über die Bühne geht. Übrigens hat die E3 auch viele Hinweise, natürlich jetzt auch mehr als früher für den ganzen Betrieb und Unterhalt. Also das Ganze, was jetzt noch kommt mit diesen Abflammen etc., das hat sehr viel damit zu tun, dass man später das Objekt im Betrieb gut überwachen kann und schauen kann, hat man irgendwo legionellen Probleme oder hygienische Aspekte, die nicht in Ordnung sind. Und dafür bauen wir an sich diese Anlagen. Sicher schon mal gehört, vielleicht noch nie gesehen, ich habe jetzt mal eins bestellt hier bei der Firma Nussbaum. Das sind diese Entnahmeventile, die sind an sich, wenn man hier mal alles ein bisschen abschraubt, sind das Hunskommune Entleerventile. Und diese Entleerventile, die haben hier unten einfach eine flache Dichtungsfläche hier, flach dichten und dann kommt hier diese metallische Übergang drauf und man hat dann hier, so wenn es klappt, man hat dann hier im Prinzip dieses Edelstahlröhrchen und hier vorne kann man noch die Kappe wegnehmen und das kann man dann eben abflammen und das dann auch hygienisch wirklich einfach frei machen, damit man hier auch entsprechend eine hochwertige Wasserprobe nehmen kann. Das sind eben diese ominösen Probeentnahmeventile, die gibt es sicher von vielen Herstellern und die Frage ist natürlich, wo kommt das jetzt hinein? Im Grundsatz ist es einfach so geregelt, dass man mit dem Planer ein Konzept macht, also der Planer erstellt ein Konzept, dass hier natürlich jeder einzelne Strang ist drin und dann können das einzelne Sektionen sein, je nach Art des Objektes. Und man hat aber auch so eine Mindestanforderung definiert und die gilt eben, so interpretiere ich das zumindest mal, auch für ein Einfamilienhaus. Also Mindestanforderung ist, dass man kurz nach dem Wasserzähler so ein Probeentnahmeventil einbaut, sicherlich um die Zuleitung hier zu überprüfen, auch ich denke so an die Situation, da haben wir Sommer, Wasser steht, alles in den Ferien, dass man vielleicht hier auch mal eine Probe nehmen kann. Und ich denke aber im gesunden Menschenverstand wird sich das dann hierhin verschieben zum Batterieventil. Das Batterieventil bei der Verteilbatterie hat ja ohnehin in der Regel schon eine Entklärung drin und da kann man dann im Prinzip einfach in Bedarfsfall oder vielleicht auch schon von Anfang an hier dieses Probeentnahmeventil einbauen. Mindestens eines braucht es da eben nach dem Wasserzähler, würde ich jetzt in meinem Familienhaus sinnstiftenderweise auch die Kaltwasserleitung nehmen, weil im Warmwasser braucht es ebenfalls noch eins oder zwei sogar, nämlich eines hier beim Abgang oberhalb des Wasserwärmers. Und falls man eine Zirkulation hat, beim Rücklauf, bevor die Zirkulation wieder in den Speicher hineinkommt, ebenfalls nochmals hier ein Probeentnahmeventil. Also im Minimum zwei und ja, wie gesagt, das macht irgendwie auch Sinn und das sind ja auch keine Mehrkosten, also das hat man noch im Griff und wenn man etwas sieht, kann man dann hier eben diese Proben entnehmen. Ob das jetzt bei euch oder bei dir so gemacht wird oder nicht, das ist an sich hinfällig, weil das ist einfach die Norm und so würde ich das umsetzen und installieren, zumal es eine kleine Sache ist. Dann gibt es doch noch zwei Sachen, die mir jedenfalls aufgefallen sind. Einmal hier die sogenannte thermische Trennung, also das heißt, Steigzonen, die durchs Gebäude hindurch gehen, wenn der Kalt-Warm alles Heizung in der gleichen Zone drin ist, in der gleichen Vorwand, sage ich jetzt mal, dann haben wir natürlich das Problem, dass sich die Kaltwasserleitung zum Beispiel in der Nacht erwärmt und dann am Morgen eben dann halt mehr Temperatur hat, als das irgendwie 12, 13, 14, 15 oder sogar 25 Grad. Und das ist natürlich hygienisch auch nicht ideal und darum hat man gesagt, wir machen hier eine thermische Trennung, wir machen Warmwasserbereiche, also Steigzonen für warme Medien, also das kann eben Warmwasservorlauf-Rücklauf sein, die haben auch noch vermutlich eine Heizungsvorlauf-Rücklauf-Leitung da hinein und die Kaltwassersteigzone, wo dann eben thermisch getrennt ist und auch dafür gesorgt wird, dass das Wasser dort relativ lange kühl bleibt. Also genau, das kann man so machen, indem man das in der Mitte abdämmt mit einer definierten Wärmedämmung, die da einen gewissen Lambda-Wert hat, damit man eben diese Norm einhaltet, da möchte ich jetzt gar nicht so fest darauf eingehen. Ich kann natürlich auch gleich von Anfang an separate Steigzonen planen, was man dann immer so, also meine Überlegung jetzt mit Wasserzählern, wo kommt Wasser in die Vorwand hinein, vermutlich dann wieder relativ schwierig ist, aber ja, das könnt ihr dann selber lösen. Grundsätzlich noch ebenfalls wichtig und sehr einfach zu umsetzen, geht auch ein bisschen ins Einlegen, wie hier bei der Verteilerspülungsgeschichte, nämlich, dass man Wasserweitungen mit einem Abstand von 10 cm, einlegt, damit man hier wirklich eine saubere Trennung hat zwischen, das können aber auch verschiedene Medien sein, also Kalt-Warm-Peckschläuche, das spielt keine Rolle, aber auch viele warme Peckschläuche, sollten einfach immer mit einem gewissen Abstand fundiert werden. Das hat zwei Gründe, einerseits sollte sich das Kaltwasser nicht erwärmen, weil wir eben da hygienisch auf einem tiefen Level temperaturmäßig bleiben möchten, und andererseits soll sich aber die Warmwasserleitung auch schnell abkühlen, damit wir eben dort auch hygienisch sofort in einen tiefen Bereich hineinkommen. Also Ausstoßleitungen sollen sich eben schnell abkühlen und Kaltwasserleitungen sollen sich nicht erwärmen, und von daher macht das sicher Sinn, wie das dann irgendwie zu handeln ist, wenn die Verteiler dann gesetzt werden und mit diesen Kästen auf der Schalung, das ist ein anderes Thema, da muss man vermutlich einfach relativ schnell da auseinander gehen, aber vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Lösung dann der Hersteller. Wir werden das mal so sehen. Ja, das waren für mich so die wichtigsten Punkte der neuen W3 E3 für die Baustelle, was sicher umsetzbar ist oder auch am ehesten uns vielleicht ein bisschen tangiert. Wie gesagt, diese Norm ist sehr umfangreich, da hat sehr viele Verweise, Hinweise, Temperaturen etc. drin, und ich habe mich jetzt wirklich mal auf das Nötigste, vielleicht auf das Minimum beschränkt, vielleicht kommt dir noch was in den Sinn, dann hau es unten in die Kommentare rein, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Gas, Wasser, Scheiße, vor Life!